So, heute geht es weiter mit Fallout Sales. Ja, ich habe das letzte mal hier an irgendeiner Barrikade angehalten. Dann gucken wir gleich mal, wie es hier weiter geht. Achso, das war ja mit Controller. Ich muss das anschließen. Warum bin ich hier hoch? Ah, ich bin da aufgewacht. Also kann er doch schlafen gehen. Also er hat sich hier ins Gerümpel mit reingelegt. Unser Probi. Da könnte ich eigentlich ein bisschen was runterschaffen, ne? Hier, ich nehme das was mit. Okay. Okay. So. Ja. Aber jetzt noch herausfinden, wie ich darüber komme. Wollte ich nochmal dagegen oder habe ich das schon gemacht? Ich versuche nochmal dagegen zu brentern. Aber ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Oh, jetzt brennt es. Ah, Hilfe. Okay. Hm. Hm. Vielleicht. Achso, ja. Da war ja noch die Option, vielleicht drüber zu hüpfen. Hier einfach drauf gehen und dann drüber. Komm jetzt halt nicht zurück, ne? Ist hier Ende? Da müssen wir wieder warten. Ah. Aha. Wir sind eine Mine. Danke. Der Freund, die schwung ihnen da unten. Hä? Aha. Hier steht. Ich gehe nicht. Ja. Ja. Hm. 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 Und dann wird das jetzt zerquetscht oder so mit diesen Dingern, ich hab keine Ahnung. Da gibt es doch auch irgendwas, irgendwas Geräuschen gab es hinten, da geht man nicht lang. Vielleicht kann ich mit dem Wagen das den Knopf bereichen. Oh ne, aber nein, ich nehme mal an. ich dachte schon da kommt aber auf mich drauf hier ja wusste ich dass das passiert ich hole den wagen dann komme ich da bestimmt hoch da müssen wir das zahnrad reinsetzen so Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, der Himmel hat mich wieder. Ich mach mal Hilfe. Brauche ich das noch fürs, oder kann ich es mitnehmen? Ist jetzt das Tor, hm? Ja, das ist auch ein Punkt. Oh, ups. Ja, das ist auch ein Punkt. So. Was haben wir denn da noch für Krimpel? Wir hätten hier einmal eine Blume. Ich glaube, die behalte ich, ne? Die ist nett. Die packen wir hin. Dann haben wir hier irgendwie sowas. Eine Schachtel oder so, ich weiß nicht, was das ist. Äh, noch Lampen noch. Wie ist das eigentlich? Alter, das ist der Teddybär. Das ist ein Stofftier, ne? Denn... Hier noch eine Lampe. Ja, die bleibt hier einfach stehen, so. Was ist das? Ein Segelbogen. Bisschen. Die bleibt auch da. Was mach ich denn her? Hier hängt ja auch schon rein, ne? Tja, dass es hier keinen Haken gibt. Daran hängen. Bisschen nicht machen. Ja, hier ist blöd. Das stillen. So. Was ist eigentlich mit der Glocke? Die bimmelt nicht mal, ne? Wenn man hier dran geht. Die ist kaputt. Die müsste ich... Ich weiß nicht, ob ich die noch brauche. Nun. Erst mal weiterfahren. Das Spiel ist sehr leise, ne? Außer wenn die Maschine da dran ist. Aber Musik geht's gar nicht. Das hier aber auch und alles funktioniert, ne? Wo keiner mehr da ist, um das alles zu warten. Die ganze Technik. Und die ganze Mechanik. Woher war das jetzt? Wir haben Sachen gepauft. Wir müssen das eine da ansparen. Aber schön, dass die Musik gerade da ist. Wir müssen das eine ansparen. wir haben keine energie mehr da müssen ein bisschen auch füllen weiter geht's ach so ich könnte das auch mal anmachen dass ich dann wieder raus rennen muss um das aufzunehmen nein das war jetzt riesige verschwindung ist der knopf dauerung so blöde besetzt ist die menschen durchkommen da dachte ich nie drauf ne scheint mir nicht so wichtig zu sein ich Untertitelung des ZDF, 2020 Hm, es gibt gar nicht so viel. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wir haben auch Wind jetzt. Okay, dann werde ich jetzt hier mal in Windkraft fahren. Alles wird es morgens. Sehr schön. Frag mich, wann wir ankommen. Wohin auch immer wir unterwegs sind. Wohin auch immer. Untertitelung. BR 2018 Jesus Ist das jetzt hier Schnee oder was? Oder ist das einfach nur eine Salzwüste? Oder ist das einfach nur eine Salzwüste? Ich finde bei dem Spiel darf man nicht so viel quatschen. Das muss man einfach nur ansehen. Okay. 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 Ja, ich habe mir das auch. Das geht, ne? Jetzt kriegt das hin. Der Wind, meine ich. Ich muss da mal durch. Entschuldigung. Ich habe wieder so ein Exklusiv-Fass mitgenommen. Die sind ja schon ein bisschen ärgerlich, die Dinger, ne? Ich werde das mal aussortieren. Ich sehe das nicht, ne? Warum ist denn da jetzt ein Balken davor? Dann erst mal das hier. Dann machen wir das. Das hier ist. Ich werde die Energie ein bisschen auffüllen, damit wir hier noch weiter einsaugen können. Ich werde das hier noch einsaugen können. Ich werde das hier noch einsaugen können. Nein. Ja, ich mache es nicht. Wo ist die Kiste? Da muss ich jetzt von der anderen Seite kommen. Warum irgendwie hin? Oh, meine Blume ist rausgepackt. Geht natürlich nicht, ne? Ich bin jetzt schlafen. Ähm, ja. Was mach ich jetzt? Hm. Über den Lastwagen kann ich nicht weggeschieben, ne? Da fahr ich auch nicht. Keine Ahnung, wo ich da hinfahre. Ich will ich da gar nicht lang. Hm. Danke schön. Okay. Ich muss auf jeden Fall nach da oben irgendwie überlegen. Können wir das auch drehen? Hier unten sieht es aus wie eine Plattexum drehen. Hier komme ich jetzt wieder nach oben. Der Rush-Krie ist jetzt zu Ende. Hier wollten wir hin. Das war unser Ziel hier. In diesen Silo hier rein zu gehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Können wir hier irgendwas machen? Ja, okay. Ich schätze, wenn das Gewicht weg ist, wird die Platte wieder nach oben fahren. Wo sind jetzt die Kugel hin? Da war doch noch eine. Die ist weggebacken. Trug. Ich schätze, dass ihr mehr Event das weg habt, nicht? Ich schätze, dass sie das nicht haben, nicht. Hier sind die Kontrolle. Dass ihr ίare auf der Kugel. Da war die Kugel. ...? Das ist ja. Das stimmt. Ich wollte es da drunter stehen. Geht aber nicht. Na, reicht das? Geht aber nicht. Geht aber nicht. Und dann sage ich auch noch eine Frage. Es ist so wie es, 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 wie er das? Und wie es, wie es, wie es, wie es das? Ich muss auf jeden Fall ein Haar kennen. Wie kriege ich ihn her? Ich muss auf jeden Fall sein. 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 Ich dachte, ich muss vielleicht dagegen. Ich muss auf jeden Fall sein. Ich muss auf jeden Fall sein. Ich habe keinen Plan. Ich muss auf jeden Fall sein. Wir sind einfach angekommen am Ziel. Ich weiß nicht. Ich muss auf jeden Fall sein. 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 Ich hoffe, du bleibst jetzt auch oben. Ich muss auf jeden Fall sein. 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 Ich muss mich lieber eine halbe Stunde auf patrimenieren. Ich bin ganz so für mich eine Händegeberaussignel. So, lass uns nachfüllen, mal kurz in der Hand schlauzen. Okay. Okay.